Mein Name ist Daniel Remfer und ich arbeite als Jugendreferent im Evangelischen Jugendwerk Bezirk Tübingen. Wir sind noch mittendrin in der Weihnachtszeit. Die Feiertage sind zwar schon vorüber, aber Weihnachten klingt noch nach. Auch das Lied »Wie soll ich dich empfangen« von Paul Gerhard ist immer wieder noch in meinen Gedanken. Ich singe dieses Lied sehr gerne in der Adventszeit. Es schenkt mir Trost und Hoffnung und es gehört für mich jedes Jahr aufs Neue zu Weihnachten dazu. Dieses Lied bringt mich zu der Frage zurück, die für mich an Weihnachten sehr entscheidend ist. Nämlich, was ist das wirklich Wichtige an Weihnachten? Wenn alle Räume dekoriert sind, wenn alle Lichterketten leuchten, alle Geschenke gekauft sind und dann das Weihnachtsfest vor der Tür steht, dann stellt sich mir diese Frage, was kommt denn eigentlich dann? Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Es ist nicht leicht, sich bei all dem Weihnachtsstress sich auf das Wichtige und Richtige zu konzentrieren. Im Dezember habe ich manchmal das Gefühl, es kommt kein nächster Monat mehr und es muss noch alles bis zum 31. Dezember erledigt und abgearbeitet sein und dann nebenher noch mit Familie und Freunden Weihnachten feiern und parallel den Silvesterabend vorbereiten. Dass das nicht immer gut gehen kann, das liegt nahe. Aber wie kann es trotzdem gelingen, sich in solchen Zeiten, die von Jahr zu Jahr stressig sind und die es ja auch bleiben werden, wie kann es da gelingen, sich innerlich auf dieses Fest vorzubereiten. Denn Weihnachten hat ja letztlich mit mir persönlich etwas zu tun. Jesus ist nicht nur um der Welt willen Mensch geworden, sondern auch wegen mir zu meinem Heil. In der Strophe 3 heißt es, was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freude, als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid. Als mir das Reich genommen, der Fried und Freude lacht, da bist du mein Heilkommen und hast mich froh gemacht. Wenn Jesus kommt, wenn er bei mir ist, dann darf Frieden einkehren. Und das ganz egal, ob ich körperlich oder seelisch im größten Leid festhänge oder ob es mir gerade gut geht. Weihnachten heißt für mich, dass ich mich neu auf die Gemeinschaft mit dem besinne, der mein Leben heil macht und der mir Lebensfreude schenkt. Das dürfen wir in Anspruch nehmen, auch in den Zeiten, in denen es in uns und um uns herum alles andere als friedlich zugeht. Und wir dürfen dieses Heilwerden mit Jesus auch dann in Anspruch nehmen, wenn wir vor einem neuen Jahr stehen. Vieles liegt noch im Verborgenen und manche Bedenken schwingen vielleicht auch schon wieder mit, wenn wir an das Jahr 2024 denken. Aber durch die Begegnung mit Jesus an Weihnachten dürfen wir trotzdem zuversichtlich in die neue Zeit gehen. Ich wünsche Ihnen Zeit und Muße, das alte Jahr nochmal zu durchdenken und dann aber auch loszulassen. Und ich wünsche Ihnen von Herzen Zuversicht in Jesus Christus für das neue Jahr, das nun bald beginnt.